Was geht ab YouTube? Pascal's Super Bodybuilding. In the Building. Willkommen im neuen Video und ich verändere ein bisschen meinen Stil. Ihr habt gesehen, am Sonntag kam kein Video, ich hatte einfach keine Lust. Ich habe es nicht gefühlt, ich muss da ganz ehrlich sein. Und ich habe ein bisschen reflektiert, was hat mir selbst an meinen Videos gefallen? Was für YouTube habe ich gemacht, als ich mit YouTube angefangen habe? Und warum war das anders zu dem, wie ich jetzt YouTube mache? Und ja, mir ist relativ schnell aufgefallen, dass sich YouTube für mich irgendwie in letzter Zeit mehr zu so einer Show entwickelt hat. Also ich habe mich darum gekümmert, wirklich gute Videos, die Videos gut aussehen zu lassen, die Videos gut in Szene zu setzen, mich gut in Szene zu setzen und nicht mehr wirklich das zu zeigen, was ich wirklich fühle beim Training, was eigentlich, finde ich, diesen YouTube-Kanal so ausgemacht hat und so wichtig gemacht hat. Vielleicht irre ich mich da, vielleicht habt ihr das genauso aufgenommen. Am besten, ihr schirmt darüber mal kurz hier ein bisschen ab, ob ihr das genauso seht. Naja, und jetzt habe ich gedacht, fuck it, ich bin ein bisschen in mich gekehrt, und habe eine Woche keine Videos gemacht, ich hatte einfach keine Lust. Also außer die Technik-Checks, ganz as usual, aber keine Videos aus dem Gym, weil ich es einfach irgendwie nicht gefühlt habe, das Ganze so in Szene zu setzen, weil dafür habe ich nie YouTube gemacht. Ich wollte immer YouTube machen, um eben das aufzuzeigen, was ich wirklich fühle beim Training und warum ich das Training so liebe. Und ja, da möchte ich wieder ein bisschen hin zurückkehren. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mich jetzt hier hinzusetzen, ganz ungeschönt, nicht in die beste Perspektive beleuchtet, weil fuck it. Und warum? Weil ich mich nicht mehr perfekt in Szene setzen will, wie ich stark bin, wie ich sonst was, sondern einfach, wie ich bin und wie mein YouTube-Kanal für mich sein soll und ich den gerne haben möchte. Und ihr sollt meinen Struggle auch mitsehen und zwar viel näher, als ich ihn in letzter Zeit gezeigt habe, denn ich habe so gezeigt, hey, ich bin verletzt, aber kein Problem. Und ich weiß nicht, in Wirklichkeit leide ich da viel mehr drunter. Und wie auch jetzt so mein Körper aussieht, wie ich ein bisschen zugenommen habe, all das habe ich immer so ein bisschen, ja, habe mich halt gut in Szene gesetzt. Da, wo die Adern rauskommen, eine gute Perspektive gewählt und bla, bla, bla. Nicht, dass ich jetzt nicht gute Perspektiven wähle, aber ich möchte das Ganze bedeutsam ehrlicher machen, denn ich möchte einfach zeigen, wie es wirklich aussieht und wie Neddy aussieht, der versucht, stark zu werden und der auch schon stark ist und der jetzt nicht mehr so diätet und so ein Kram ist. Also ich möchte das Ganze wieder dahin ein bisschen zurückholen, wie es angefangen hat. Vor zwei, drei Jahren, als ich einfach die Videos im McFit gemacht habe, ohne groß auf die Perspektive zu achten und einfach das Training voranzutreiben, das Training zu zeigen und meine Gefühlswelt zu zeigen. Und in letzter Zeit bin ich halt einfach so, weiß nicht, wie so eine Maschine nur noch funktioniert, habe das gemacht, was ich machen sollte. Ja, und deswegen will ich jetzt mal auf diese Weise ein bisschen durch mein Training führen. Das werde ich wahrscheinlich in Zukunft öfter so machen. Also dieser Videostil, könnt ihr euch schon ein bisschen dran gewöhnen, weil es einfach entspannter ist und das Training für mich einen Ausgleich bieten soll. Gut, wir fangen einfach mal vorne an. Also heute ist Dienstag, ich hatte eigentlich gestern trainieren sollen, aber ich hatte keinen Bock. Bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, ich hatte einfach keine Lust, ins Gym zu gehen. Und deswegen bin ich einen Tag später gegangen. Und hätte ich jetzt heute keinen Bock gehabt, wäre ich auch nicht gegangen. Aber ich hatte richtig Bock, wieder ins Gym zu gehen. Und das ist auch gut so. Und auf dieser Welle möchte ich auch weiter reiten. Also habe ich mir zuerst vorgenommen, jetzt immer vor dem Training eine kleine Mental Preparation zu machen, mich zwei Minuten hinzusetzen, in mich zu gehen, das Training zu visualisieren, zu fokussieren. Also jetzt nicht versuchen, mich runterzufahren oder so, sondern schon ein bisschen in den Groove zu kriegen, aber durchzugehen, was ich gleich im Gym machen werde, was ich auf dem Plan habe. Also ich schaue mir vor den Planern, was für Zahlen ich hitten möchte und ob ich da wirklich Bock drauf habe und ob ich es wirklich will und ein bisschen in mich zu horchen. Dann habe ich mir meinen Booster schon vorbereitet. Der steht schon auf dem Tisch. Komm mal so raus, mach Musik an. Das ist das Erste, was ich dann mache. Also ich will wirklich eine richtige Ruhe haben in dieser Zeit, in der ich da sitze. Wenn ich dann aber rauskomme, dann ist für mich Game Day. Also geh zur Musik, mach mir Musik an, dann trinke ich meinen Booster aus und ja, mach mich auf den Weg ins eigentliche Training. Und das bedeutet für mich natürlich, mich erstmal warm zu machen. Safety Bar Squats standen auf dem Plan für ein Double, ein schweres Double zu RP 8,5. RP 8,5 bedeutet dann für mich im Grunde so, ja, ein RP halt zwischen 8 und 9 zu treffen. Also wo ich dann nicht so sauer bin, wenn es ein 9 wird. Ich aber auch vielleicht ein bisschen traurig bin, wenn es doch nur ein 8 wurde. Also ich erlaube mir quasi ein bisschen schwerer als ein RP 8, ein Double zu machen. Da nehme ich es halt auch nicht so super genau, denn das ist einfach nicht super genau nachzuhalten. Also fange ich an, mich warm zu machen. Safety Bar Squat, ich gehe nochmal mit dem Gummi kurz und mache mein Fußgelenk ein bisschen locker. Da bin ich immer so ein bisschen steif drin. Das binde ich mir da einmal ums Rack rum und dehne dann ein bisschen mein Fußgelenk. Dann gehe ich auch schon danach, also ich mache kein weiteres Warm-Up oder so, gehe ich direkt unter die Stange, fange an 20er Scheiben drauf zu packen. Also in 40er Schritten steigere ich dann 60 Kilo, danach 100 Kilo, dann 140 Kilo. Und dann fange ich an, mir die Kniebandagen rumzumachen. Also die SPDs in Rot, in M, die sind bei mir die lockersten. Und ja, von denen kriege ich einfach am wenigsten Support, was ich gut finde in dem Fall. Denn ich möchte nicht super viel Support haben. Ab 140 Kilo, dann habe ich die 180 gemacht mit Gürtel und mit SPD-Bandagen. Ist ein bisschen nervig, die anzuziehen mit einem Arm. Ich kriege die nicht so hoch, wie ich es gerne hätte, aber ist schon okay. 180, dann war ich mir noch nicht so ganz sicher nach den 180, wie ich mich fühle. Also habe ich 200 hinterher geschoben. Wir merken uns, ich wollte einen RP 8,5-Double kriegen. Die 200 fühlten sich dann richtig, richtig gut an. Danach, also 202 sind das eigentlich, um genau zu sein, weil die Stange wiegt 22 Kilo. Danach die 210 nochmal angetestet, weil ich mir auch noch nicht so ganz sicher war. Ich wollte keinen großen Sprung machen, besonders jetzt nicht, wo ich eigentlich verletzt bin, auch mit dem Arm. Habe dann die 210, 212 einmal, bin da richtig schön rappt, richtig schön weggegrindet. Und für mich wichtig, dann habe ich mich dazu entschlossen, den 222 für einen RP-Double wegzuhauen. Das heißt, zwei Wiederholungen, ungefähr noch eineinhalb Wiederholungen im Tank, also irgendwas zwischen ein bis zwei Wiederholungen im Tank. Also so vier Raps könnte ich wahrscheinlich mit einem allergrößten Grind. Ich habe die aufgeladen und ich gebe euch mal ganz kurz hier ein Live-View davon. Okay, also wie man gesehen hat, die waren echt richtig geil. Die Technik hat richtig gut gesessen. Sie waren schwer, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass sie nicht schwer waren, aber sie waren ein gutes RP-8. Also ich habe wirklich ein bisschen, hätte ein bisschen schwerer sein können, aber ich wollte auch nicht so viel riskieren. Das freut mich richtig, denn das ist ein dicker neuer PR für mich auf der Safety Squad Bar. Und ja, ohne großen Hype, also natürlich die Musik hype ich ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie mich richtig hochgepusht oder so, was auch richtig nice ist. Dann das Gewicht reduziert auf 172,5 und damit noch ein 4x5 weggehauen. Ich muss sagen, ich komme mittlerweile richtig gut klar mit der Safety Squad Bar. Es macht mir auch wirklich Spaß, vor allem, weil ich ja sonst nicht beugen kann. Es ist halt einfach eine geile Möglichkeit, diesen linken verletzten Arm, den ich nicht unter eine vernünftige Kniebeuge bekomme, ja, halt außen vorzulassen und halt trotzdem zu beugen. Und ich fühle mich da aber richtig gut. Und vor allem die letzten zwei Sätze haben wirklich richtig krass, wie Butter funktioniert. Das freut mich. Also ich habe an diesem Tag, am ersten Workout-Tag in der Woche, ein Double halt zu einem RP von 8 oder 9, 8,5 heute und danach die 172 für ein 4x5. Okay, jetzt kommen wir zu dem richtigen Pain in the Ass. Nachdem ich mit der Safety Squad Bar durch bin, machen wir die Hip Thrust, die mache ich auch zweimal in der Woche. Und das ist halt immer richtig nervig, die aufzubauen, besonders wenn man nur einen Arm hat. Ich hatte jetzt Glück, dass Marc da ist, der konnte mir noch helfen, am Ende ein bisschen mehr Gewicht drauf zu packen, aber der Struggle ist da, definitiv real. Ich habe ja noch nie wirklich Hip Thrust gemacht über einen längeren Zeitraum. Es sind jetzt hier übrigens 230 Kilo für ein 4x10, was auch ein dicker PR ist. Letzte Woche habe ich S220 gemacht, davor auch S200, also Progress ist auf jeden Fall da. Ich habe die noch nie über einen längeren Zeitraum gemacht, weil es mir immer zu nervig war, die aufzubauen und die ich die dann auch nie im Plan hatte. Ciao, Ralf. Ja, aber jetzt, da ich quasi keine Deadlifts machen kann, ist natürlich der Zeitpunkt perfekt, um sie reinzunehmen und durchzuziehen. Also 230 Kilo für ein 4x10 sind super fucking schwer, ich möchte mir nichts vormachen und es ist ja auch eine große Last für dich, sowas zweimal in der Woche wegzuhauen. Also ich mache das tatsächlich zweimal in der Woche für ein 4x10 und das ist halt insgesamt einfach eine große Last für deinen Körper. Also da muss ich auch mal schauen, ob das nicht vielleicht zu viel ist in der Kombination mit dreimal Safety Squat Bar. Aber es hat sich gut angefühlt und ja, so lange werde ich das noch weitermachen. Dann genauso ein riesen Pain in the Ass, den Scheiß wieder abzubauen. Also genauso nervig, vor allem mit nur einem Arm, du musst immer mit dem rechten Arm rangehen und dir das ganze Gewicht wegholen, das sind insgesamt schon ein paar Scheiben. Naja, ist auf jeden Fall anstrengend, fast schon mehr als das Training, die Scheiße auf- und abzubauen. Okay, danach baue ich mir das hässliche Handline zusammen, denn ich trainiere immer noch einarmig meinen Oberkörper, allerdings nicht mehr so viel wie zu Beginn. Ich hatte zu Beginn vorgesehen, dreimal in der Woche das, was ich jetzt mache, auch zu machen, also dreimal in der Woche eine Drückbewegung, dreimal in der Woche eine Zugbewegung. Wir sehen uns. Auch noch das Seitheben, aber da kommen wir gleich zu. Also ich mache im Supersatz quasi drückendes, also Floor Press quasi mit einem Arm, jetzt hier mit ungefähr 44, 45 Kilo. Marc hilft mir dabei immer, oder wenn er da ist zumindest, das Gewicht hochzubekommen. Für ein 4x10, ja, ich möchte da einfach ein bisschen weniger machen, da ich die andere Seite halt einfach gar nicht trainiere. Der Arzt hat mir auch quasi verboten, dass ich die mit ein bisschen weniger Gewicht trainiere. Also ich hatte ja schon mal angefangen, die mit so 12,5 oder so zu bewegen, aber das Risiko ist einfach zu hoch bei einer falschen Bewegung, dass ich mir ein Stück vom Knochen abbreche oder das abbreche, wo jetzt noch die Schrauben sind. Und das ist es einfach nicht wert, absolut nicht. Und das musste ich jetzt hinnehmen, das hat mich auch ein bisschen frustriert. Aber ich sollte nochmal vier Wochen warten, bis zum nächsten Rangentermin hat der Arzt mir aufgetragen. Das mache ich jetzt auch, denn das hilft mir, da hat er absolut recht, wenn ich mich damit jetzt wieder zerhau und ich gar nicht trainieren kann. Also dementsprechend, fuck, diese vier Wochen werden wir nicht umbringen, die werde ich durchhalten. Fuck, es wird richtig warm, ich kriege richtig schön ein bisschen Bräune, Mais. Also nachdem ich dann ein 3x10, kein 4x10, 3x10 Floorpress gemacht habe, 3x10 Rows, die mache ich wie gesagt im Supersatz direkt weg, mache ich noch das Seitheben mit 15 Kilo, auch nur auf der einen Seite, auch nur ein 3x12, nur. Aber wenn man das natürlich 2-3 Mal die Woche macht, ist das natürlich schon nicht wenig Volumen, um halt eben die Seite trainiert zu halten. Aber ich muss auch mal schauen, ich möchte da oder mache da in letzter Zeit auch ein bisschen weniger insgesamt, da ich halt einfach nicht unbedingt die heftigsten, also das sieht man ja schon ein bisschen, die heftigsten, ich weiß, dass hier das Ungleichgewicht mehr antrainieren möchte, dass die linke Seite so viel schwächer wird oder ist dann als die rechte. Danach mache ich noch ein bisschen Arme, ein bisschen, ihr wisst schon, für die rechte Seite im Club, damit ich die Leute noch im Armdrücken abziehen kann, auf der rechten Seite zumindest, Sperrwerfer-Lifestyle. Ja, da mache ich mit 15 Kilo ein 3x10 Curls, mit 15 Kilo ein 3x10 Trizeps Extensions, Skullcrushers, wie auch immer man die Übung nennen will. Finde ich sehr geil, also auch für beide Seiten, aber ich kann sie eben nur mit einer Seite machen. Ja, und dann ist das Training für mich gegessen und heute ist mir besonders aufgefallen, ich war jetzt auch alleine da, normalerweise bin ich ja mit Benni trainieren, also nichts gegen Benni, ich trainiere gerne mit ihm. Allerdings ist es mir heute wesentlich leichter gefallen, wirklich diese Ruhe zu finden, in mich zu kehren und halt wirklich das Training für mich abzuhaken, Stück für Stück meine eigenen Gedanken zu fassen und das ist das, was das Training ja für mich so unglaublich wichtig macht, diesen Ausgleich im Leben zu bieten, ob ich jetzt fucking gut darin bin oder nicht. Es soll für mich ein Ausgleich sein, eine Ausflucht, ein Spaß, der mir mehr dazu gibt, als er mir nimmt und besonders wenn man eigenes Schirm hat, hat man viele Verpflichtungen und muss halt aufpassen, dass das Training nicht irgendwie da wegwandert, also dass man irgendwie was macht, was, keine Ahnung, nachher zum Zwang wird und du dich irgendwie eingekesselt fühlst, sondern du musst für dich einen Weg finden, dass es dir Spaß bringt und auch weiterhin Spaß macht und dann ist es auch keine Entschuldigung. Ich hätte jetzt selbst Schuld, wenn ich mir selber diesen Stress auflade und mich nicht wieder ein bisschen zurücknehmen. Gut, also ich mache jetzt nach dem Training, das mache ich jetzt gleich erst noch, weil ich jetzt natürlich gleich darüber geredet habe, auch nochmal eine kleine Mental Preparation, in dem ich zwei Minuten oder lass es drei sein, mal schauen, wirklich deep breathing mache, also ich war ja nie so meditationshappy, aber ich muss sagen, ich glaube, ich brauche das in meinem Leben, weil ich einfach diese Ruhe baue. Ich habe das gestern vorm Schlafen gehen, sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, besonders wenn du auch, ich sage mal, ein kleiner junger Unternehmer bist wie ich, das Geld fließt jetzt auch nicht in Maßen, du musst halt auch mal schauen, dass du gut versichert bist, du darfst nicht krank sein, denn ich merke das doch mit dem Arm jetzt. Da hängt halt richtig viel dran, weil ich habe nun mal nicht die Benefits, die die haben, die quasi in dem Arbeitsverhältnis sind oder so, dass man sich mal krank schreiben kann oder so. Na, es muss weiterrollen und das ist halt einfach super anstrengend und stressig und ja, das habe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen vor die Fresse geknallt bekommen und da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Fokus hinlegen und ich weiß, dass ihr, die Zuschauer, das trotzdem übelst feiert und übelst mich unterstützt und das gibt mir wirklich auch ein gutes Gefühl, auch was ihr getan habt durch die Verletzung, wie viele gute Nachrichten ich bekommen habe, das ist halt, es hat mich, also berührt mich jetzt viel mehr, weil ich jetzt das realisiert, so wie viele das eigentlich sind und wie vielen Leuten, die mir jetzt auch geschrieben haben, die vor kurzem jetzt, die Paul Fink-Season hat ja wieder quasi begonnen, Wettkämpfe gemacht haben, mir geschrieben, Mann, Pascal, wegen dir habe ich jetzt einen Wettkampf mitgemacht, das hat sich so krass angefühlt, ich möchte weitermachen und ja, ich muss halt einfach auch mal realisieren, so wie schön das eigentlich ist und das auch mal genießen, dass ich quasi echt mittlerweile viel erreicht habe in dem, was ich hier tue, Fuck-off-Abo-Zahlen oder sonst was, ich habe viele Leute erreicht und denen was Besseres mitgegeben und das, also da darf ich auch nicht zu bescheiden sein oder so, ich muss mich daran auch einfach mal erfreuen und das möchte ich jetzt ein bisschen, ja, für mich, damit habt ihr nichts zu tun, aber also, dass ihr euch daran erfreut, dass ich euch helfen kann oder wie auch immer, ja, es ist halt einfach ein geiles Gefühl und ich muss mich dahin einfach mal wieder ein bisschen bremsen. Gut, ich mache jetzt mein Deep Breathing quasi noch für zwei, drei Minuten, versuche auch wirklich dabei über gar nichts nachzudenken, den Kopf wirklich auszuschalten, nicht irgendwie, was ich gleich mache, sondern wirklich komplett abzuschalten und danach gehe ich aus dem Gym raus und fokussiere mich auf das, was ich nach dem Gym mache. Alrighty, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, smash that fucking Like-Button des Todes, so bam, 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 360 Quickscope auf das Ding. Haut mir einen Kommentar in die Kommentare, wie ihr dazu steht, was ich gesagt habe, wie der Verlauf für den Kanal sein soll, was ihr lieber wollt, die coolen Vlogs oder ein bisschen mehr Gerede, ein bisschen intimere Sachen oder wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, ich habe mega Bock, wieder weiterzumachen und das Scheiße hier stirbt nie aus, come on. Aber er soll tatsächlich mein Leben begleiten und keine Show werden und keine Truman Show oder sonst was. Whatever, passt kurz zu, check in auf, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drunk the mic. Oh, man weiß. Wenn ich mich für mehr, wenn ihr hier verbaut habt, soll das alles dann vorstehen. Vielen Dank.